Wir kommen zum Aktienplausch. Es gibt Unternehmen, die kennen nur eine Richtung, die Richtung nach oben. Und selbst große Katastrophen wie die Corona-Krise oder der Ukraine-Krieg sind komplett spurlos an diesen Aktien vorbeigegangen. Wir reden heute über die Amgen, ein Unternehmen aus dem Dow Jones, die wie an der Schnur gezogen in einem stabilen Aufwärtstrend läuft und steigt wie auf Schienen und ein Jahreshoch nach dem nächsten erklimmt. Ob die Aktie weiterhin Potenzial hat und ob der Einstiegszeitpunkt gerade jetzt der richtige ist, genau darüber reden wir heute im Video. In dem 10-Jahres-Chart der Amgen kann man diesen wunderbaren stabilen Aufwärtstrend sehen und auch, dass die Aktie wie auf Schienen läuft und ein Jahreshoch nach dem nächsten rausholt. Die Performance in den letzten 10 Jahren lag bei 186%. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 11,1%. Ich gehe mal auf das Schart seit 1984 ein. Das mache ich deshalb, weil die Biotech-Unternehmen, und dazu zählt die Amgen ja, oftmals einen schlechten Ruf hat. Gerade die Leute, die in Biontech investiert sind, haben ja auch wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Das mag auf viele Unternehmen aus der Branche zutreffen, aber nicht auf die Amgen. Die Amgen ist seit 40 Jahren in einem stabilen Aufwärtstrend und hat eine sensationelle Performance in 40 Jahren hingelegt. Wer also vor 40 Jahren hier in diesem Zeitpunkt 1.000 Dollar investiert hätte, der wäre heute ein vielfacher Millionär. Also das ist keine Firma, die eine Eintagsfliege oder Eintagsprodukte herstellt. Das ist eine Firma, die 40 Jahre bewiesen hat, dass sie durchaus erfolgreich sein kann. Was wir uns jetzt anschauen, ist nicht die 40-Jahres-Entwicklung, sondern hier die Entwicklung der letzten 10 Jahre. Die Unternehmensdaten, die Marktkapitalisierung der Amgen liegt bei 125,3 Milliarden US-Dollar. Sie hat einen Umsatz erzielt von 26,1 Milliarden und daraus hat sie ein Ergebnis von 6,6 Milliarden erwirtschaftet. Das entspricht einer Umsatzrendite von 25 Prozent. Man sieht also, dass man auch im Biotech-Bereich sehr gute Margen erzielen kann. Der Umsatz ist in den letzten sieben Jahren um 15 Prozent gestiegen. Das operative Ergebnis ist leicht gefallen. Ich habe mir die Ergebnisse der letzten sieben Jahre mal angeschaut und im Nachsteuerergebnis liegt die Amgen immer zwischen 6 und 8 Milliarden US-Dollar. Es gab ein Ausnahmejahr, das war das Jahr 2017, da hat man nur 2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Aber die Ergebnisse sind relativ hoch und sie sind vor allen Dingen stabil. Und Stabilität ist eigentlich das Schlagwort und das Stichwort für die Gesellschaft. Hier kann man die Umsätze seit 2004 sehen und auch hier sieht man die Stabilität, die ich gerade angesprochen habe. Die Umsätze steigen von 2004 bis 2022 kontinuierlich und laufen in so einer Art Wellenmuster. Das finde ich immer ganz gut, weil die Firma zeigt immer wieder, dass wenn Umsätze stagnieren, sie in der Lage ist, neue Umsätze zu generieren. Also das hat die Amgen eindrucksvoll in den letzten fast 20 Jahren hier auf dem Chart bewiesen. Die Kurseinbrüche bei der Amgen sind relativ überschaubar. Im oberen Teil zeige ich ja immer die Chartentwicklung, im unteren Teil zeige ich immer die Drawdown-Phasen. Ich will also immer wissen, was dieser Kurseinbruch bedeutet. In dem Fall ist der Kurseinbruch über 20 Prozent. Auch diese kleine Bewegung nach unten im Chart entspricht auch einer Reduzierung von 20 Prozent. Aber wenn ich mir die letzten zehn Jahre anschaue und die ins Verhältnis setze zu den meisten Aktien, die ich bisher besprochen habe, dann sind die Kursrückgänge der Amgen sensationell. Selbst schwierige Phasen steckt die Amgen weg. Die ist also stabil in einem Aufwärtstrend. In Zahlen kann man sagen, dass das Maximale, was die Aktie nachgibt, nachdem sie neue Hochs gebildet hat, so ein Bereich von 25 Prozent liegt. Und selbst die Corona-Krise hier war überhaupt nicht zu spüren. Die Ukraine-Krise in dem Fall genau das Gleiche. Also die größten Krisen, die man in den letzten Jahren hatte, sind komplett spurlos an der Aktie vorbeigegangen. Wenn man so eine Aktie identifiziert hat und sich fragt, was man mit der Aktie macht, welche Strategie man mit der Aktie fahren kann, dann bleibt, glaube ich, nur eine Option. Das ist die Option, die Aktie zu kaufen und sie so lange zu halten, solange die Unternehmensdaten gut sind. Also in die Aktie muss man rein. Und dann muss man einfach mal schauen, was die nächsten Jahre bringen. Der Zeitpunkt für den Einstieg ist natürlich auch immer wichtig. In den letzten zehn Jahren gab es, oder in den letzten fünf Jahren, nehmen wir die mal raus, gab es drei gute Möglichkeiten, um in die Aktie auch mal günstiger einzusteigen. Und gespiegelt wurden diese Einstiege auch immer von der Stochastik von dem Indikator. Das heißt, immer wenn dieser Indikator die Schwelle von 30 unterschritten hat, war eine gute Gelegenheit, an Tiefpunkten einzusteigen. Wir befinden uns heute hier. Und wenn man schaut, was die Stochastik uns heute sagt, dann sieht man, dass die Stochastik den Schwellenwert von 30 unterschritten hat. Und genau diesen Bereich der letzten zwei Jahre, den schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Die Performance in den letzten zwei Jahren liegt nur bei minus 1,8 Prozent. Das liegt daran, dass die Aktie verloren hat in Zeiten, wo die weltweiten Märkte gerade und ganz besonders der DAX gewonnen hat. Das ist oft so bei diesen defensiven Werten. Die performen gut in Krisenzeiten. Und wenn die Krise dann beiseite geschoben wird, dann pustet sie etwas aus. Aber es geht ja um diese Stochastik. Also hier im Oktober 2021 war ein wunderbarer Boden, der auch angezeigt wurde. Und auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt laufen wir in einem Bereich, wo man die Aktie durchaus als günstig bewerten kann und das nutzen kann, um in die Aktie einzusteigen. Gehen wir noch konkreter zurück auf das letzte Jahr. Im letzten Jahr hat die Performance auch nur bei minus 2 Prozent gelegen. Aber das Argument ist das gleiche wie im Zwei-Jahre-Chart. Das liegt daran, dass seit Oktober 2022 die Kurse gefallen sind, statt zu steigen wie an den Weltmärkten. Aber man sieht, dass der Kurs unterhalb der gleitenden Durchschnitte 200 ist. Und das war immer eine Gelegenheit, um günstig in die Aktie reinzukommen. Also hier im Oktober wäre das auch eine wunderbare Gelegenheit gewesen. Also auch was den gleitenden Durchschnitt 200 betrifft, wird der Einstieg schon begründet. Das Potenzial bei der Aktie ist endlich mal hoch. Ihr wisst ja, die letzten Chancen-Risiko-Verhältnisse bei Aktien, die immer am Jahrestop sind, die waren immer ungünstig. Eine Aktie, die am Top ist, die hat nun mal wenig Potenzial nach oben. Hier bei der Engine ist das anders. Dadurch, dass die Kurse sich halt eben in den letzten ein, zwei Jahren nur mäßig entwickelt haben, hat die Aktie sehr viel Luft, um auf das Jahreshoch zu kommen. Das Potenzial liegt bei 25 Prozent. Und das Risiko, auf die Unterseite nochmal aufzuschlagen, liegt nur bei minus 6 Prozent. Und damit ist das Chancen-Risiko relativ hoch und liegt bei 4,3. Die Bewertung ist wie alles bei der Engine, die ist stetig und stabil. Wir haben ein günstiges KGV, erwartet 25 von 12,1. Das Wachstum wird bei 7,79 Prozent erwartet. Die Divenendenrendite liegt bei 3,67 Prozent. Wenn ich also das KGV ins Verhältnis setze zum Wachstum, komme ich auf eine Kennzahl von 0,94. Und diese Kennzahl zeigt uns auch, dass die Aktie günstig bewertet ist. Hier nochmal der direkte Vergleich, um die Stärke der Engine nochmal herauszuarbeiten. Im unteren Teil zeige ich den DAX. Und die Indizes gelten ja grundsätzlich mal als weniger volatil als einzelne Aktien. Nur wenn ich den Verlauf des DAXes hier ins Verhältnis setze zum Verlauf der Engine für die letzten zehn Jahre, da sieht man, wo die Stärke der Engine liegt. Die ist einfach sehr ruhig, sehr stabil. Die läuft wie auf Schienen. Und ob sie eine Outperformance gemacht hat, das sieht man hier. Auch das ist mit Ja zu beantworten. Wenn ich das Jahr 2013, 2014 mal rausnehme, da hat sich Engine und der DAX gleich entwickelt, kann man feststellen, dass die Engine deutlich in den restlichen Jahren über der Entwicklung des DAX lag. Und das spiegelt sich hier unten auch in der Outperformance wieder. Die Engine ist also nicht nur ein ruhiges Papier, das wie auf Schienen ein Hoch nach dem anderen erklimmt. Es ist auch ein Outperformer zum DAX. Das, was ich hier besprochen habe, entspricht natürlich meiner persönlichen Meinung. Es sind auch nur Informationen, die können keine Anlageempfehlung sein. Mir hat es hier mal Spaß gemacht. Wenn ihr euch für den Kauf der Engine entscheiden solltet, sagt einfach mal Bescheid und schreibt das mal in die Kommentare. und schreibt das mal in die Kommentare. Das ist auch der Nachdenkmale. Wenn ihr euch da eben wie dieorders